Nein, ich bin so, ich bin, ich bin so ein bisschen so verknallt halt. So. Ah, immer noch? Ja. Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um das Dschungelcamp und ich bin richtig gehypt, denn Cora Schumacher hat vor einem Millionenpublikum die Affäre Liebschaft Whatever mit Oliver Pocher gebeichtet. Und der hat auch schon ein wenig reagiert die letzten Stunden und auch gegen Amira Pocher und ihren vermeintlichen neuen Lover geschossen. Und das soll hier alles Thema sein. Und lasst euch gesagt sein, es ist jetzt, wo ich das Video für euch aufnehme, 0.56 Uhr von Freitag auf Samstag, also direkt nach dem Dschungelcamp, nehme ich das Video hier für euch auf. Zur Stunde hat Oliver Pocher auf diese Beichte noch nicht reagiert. Sollte es die nächsten Stunden kommen, lasst gerne ein kostenloses Abo da, schickt mir bei Instagram alles zu. Und wenn ihr sowieso das Dschungelcamp und Gossip liebt, seid ihr hier genau richtig. Ihr versäumt hier nichts mehr, gebt mir aber ein wenig Zeit, dass ich das dann am nächsten Tag dann für euch zusammenfassen kann. Denn es wird, glaube ich, die nächsten Tage sehr spannend. Und ich habe ja über Oliver Pocher und Amira Pocher und die ganze Trennung und den Rosenkrieg sowieso die letzten Wochen schon berichtet. Und bin da sehr interessiert dran gewesen. Also wenn euch das interessiert, schaut auch in die Playlist rein. Da ist alles aufgearbeitet aus den letzten Tagen und Wochen. Und ja, in den letzten Stunden überschlagen sich die Ereignisse. Es gab wilde Gerüchte, dass Cora Schumacher mit Oliver Pocher was haben soll. Und sie hat ganz felsenfest das auch so rausposaunt. Aber seht erst mal selbst. Interessant ist auch, dass sie ein wenig ins Plaudern gerät, als sie dann nicht mehr mit den Leuten zusammensitzt. Da hat sie ja noch so ein bisschen rumgeflaxt und gesagt, ja, wenn ihr wüsstet und ach, viel schlimmer, Leute. Ja, es wurde dann sehr pikant und sie hat dann doch recht deutliche Worte gefunden und scheint wohl auch verliebt in Oliver zu sein. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, sie sagt selbst, dass sie im November sich mit Oliver Pocher getroffen hat. Und Oliver Pocher hatte im November und Dezember eine Hochphase an Wut und Frust im Bauch, auch weil Amira Pocher ja mit Bion angeblich eine Affäre, Beziehung, Liaison gehabt haben soll. Und das ja auch der Grund für die Trennung gewesen sein soll, laut ihm. Das hat er zumindest die ganze Zeit behauptet. Und es ist schon sehr merkwürdig, wenn er sich die Freiheiten auch im November dann rausnimmt, auch seinen Spaß zu haben, dass er dann irgendwie so ein bisschen bei Amira rumpiekst. Auch die neue Liebschaft Christian Düren ist ja Ziel seiner Attacken geworden. Und das verstehe ich nicht so ganz. Klar kann man verletzt sein, wenn man wirklich betrogen wurde. Das verstehe ich, wenn das so sein sollte. Das wurde aber von Amira und von Bion immer dementiert. Wer hat da jetzt recht, ist die Frage. Und warum, wenn er schon was mit Cora Schumacher zu der Zeit gehabt haben sollte, warum haut er dort quasi im Hoch raus? Also da war ja seine Hochphase von den Dingen, die er gegen Bion rausgehauen hat im November und Dezember. Und das ist ja jetzt schon so ein bisschen tricky. Aber seht erst mal selbst, was sie dazu zu sagen hat, wann das so in etwa passiert ist. Das letzte Mal Sex gab, bevor ich Corona hatte. Und bei der Person habe ich mich mit Corona angeschaut. Ja, aber warst du ein Random Guy oder ein Famous Boy? Ja, der ist doch ja eher schon so auf der Famous Seite. Durchaus interessant ist, dass Cora Schumacher nicht nur die vermeintliche Affäre mit Oliver Pocher raushaut. Nein, sie sagt auch im Nebensatz, dass Amira Pocher und Christian Düren ja was miteinander haben. Und Amira hat ihren Christian, den schönen Christian und sie hat den lustigen Oliver. Und ja, was ist da jetzt los? Also sehr, sehr interessant. Und Oliver Pocher haut doch relativ deutlich raus. Und es hört sich bei ihm jetzt nicht ganz so ernst an. Und eher nach einem Dementi. Oder wie seht ihr das jetzt? Ich zitiere hier mal. Wenn Amira das Gerücht selbst über die Bild-Zeitung und die Unterhaltungschefin streut, um von ihrer eigenen Geschichte abzulenken, dann freut sie sich. Und RTL nimmt es gerne auf, um das Dschungelcamp zu bewerben. Das ist seine Meinung zum Ganzen. Und die haben es ja auch aufgenommen. Es wurde zum Ende der Sendung rausposaunt als Highlight quasi der Sendung. Weil sonst war es jetzt nicht so spannend, das Drumherum bislang. Und das ist ja durchaus so. Und da verlinkt er dann noch einen Artikel. So denkt Amira Pocher über die angebliche Olli-Cora-Liaison. Und da hat er auch alle verlinkt, damit auch alle so ein bisschen das mitbekommen, sagen wir mal so. Und dann haut er auch weiter raus und schießt sich auf Christian Düren, den vermeintlichen Neuen von Amira Pocher ein. Diese heiß und innigen Fotos, Kussfotos gehen auch schon rum, wo er mit Amira rumknutscht. Und hier mal ein Beispiel gleich, aber erst mal das hier. Und aus gegebenem Anlass sind Amira und Christian Düren kein Teil mehr des gemeinsamen Managements. Ja, also der hat die da einfach mal hochkant rauswerfen lassen, nehme ich an. Schon heftig, oder? Die haben sich jetzt was anderes gesucht, weil die gesagt haben, Mensch, passt nicht mehr. Und dann sagt er noch, mach's gut, Kollegen Schwein. Also er attackiert auch noch Christian Düren. Und das auf eine sehr heftige Weise, wie ich finde. Also er zeigt sich sehr verletzlich, was auf der einen Seite vollkommen menschlich ist, was ich auch zum Teil verstehen kann. Aber wow, ja, also ich verstehe so manches jetzt nicht. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das seht. Und es gehen jetzt halt auch Kussfotos rum. Hier mal so ein Beispiel, wo in der Ferne zu sehen ist, dass Amira und Christian Düren rumknutschen. Und da gibt es auch diverse andere Fotos, habt ihr bei der Bild bestimmt auch schon gesehen. Wenn ich googelt jetzt hier nochmal, ist hier nur ein Beispiel. Da zeigt er auch so die Dia-Show. In diesem Screenshot ist das jetzt zu erkennen, wie zum Kuss angesetzt wird. Und kurze Antwort, ja, Cora, also da wird gefragt, tun diese Fotos Olli weh? Kurze Antwort, ja. Also er gibt auch zu, dass er verletzt ist und es ihm weh tut, menschlich. Und da schreibt er zu Cora, Ralf und ich hatten immer ein Bett oder eine Sauna. Also anscheinend war das Treffen dann immer zu dritt und vielleicht wirklich nur freundschaftlich, keine Ahnung. Aber wenn Cora Schumacher sagt, sie hatte zuletzt im November was und hat sich danach mit Corona angesteckt und das war genau diese Phase da. Und sie sagt sogar, dass es Oliver Pocher ist, na, dann spricht das eine sehr deutliche Sprache. Und da kann er sich jetzt auch nicht so einfach mehr rausreden. Mal sehen, was jetzt die nächsten Tage gepostet wird. Es ist jetzt aber auch klar, dass natürlich das von Amira Pocher und Christian Düring komplett ablenkt, weil Cora Schumacher jetzt in der bekanntesten Trash-TV-Show des Jahres ist, die Millionen Leute live am Fernseher mitverfolgen. Das ist ja das Erfolgskonzept der Sendung auch, dass das immer live ist und die Leute dann vor den Fernseher zieht, wo man das nicht, ja, im Nachhinein bei RTL Plus sich dann gönnt, weil das dann nicht mehr aktuell ist, wenn man es ein paar Stunden später oder einen Tag später guckt. Gibt zwar auch genug Leute mittlerweile, aber am meisten gucken es, glaube ich, doch noch live. Ihr könnt ja mal reinschreiben live. Wenn ihr es auch live guckt wie ich, finde ich immer, macht dann auch Spaß, auch wenn die Werbung natürlich sehr nervt. Ansonsten, ja, haut er ordentlich gegen Christian Düren raus. Und Amira, was ich zum Teil verstehen kann, wenn er wirklich, ja, noch Gefühle für seine Ex-Frau hat und verletzt ist, dass die da so öffentliche Fotos, ähm, ja, ähm, von sich machen lassen, ist jetzt auch übertrieben. Das sind ja Paparazzis, aber es sind im Grunde genommen, ähm, ja, auch Bilder gepostet worden aus der Story. Das ist ja auch so ein bisschen ausgeflippt, wo sie dann sich vermeiden nach dem Akt, äh, mit Beinen lassiv im Bett liegend, ähm, abfotografiert und er dann irgendwie Kopfkino bekommen hat, dass die ja dann was mit dem haben muss, was wahrscheinlich ist, wenn die Beinen da so innig rumknutschen. Aber, ähm, ja, es ist, ähm, schon irgendwie ein bisschen bösartig. Ich würde auch von meiner Ex-Frau erwarten, dass sie jetzt in der Instagram-Story nicht unbedingt, ähm, solche Bilder direkt nach der Trennung, ähm, postet, ja, vielleicht ein bisschen damit wartet oder vielleicht sowas unterlässt. Würde ich zum Beispiel auch überhaupt nicht machen, ja, äh, weil ich Empathie besitze, macht man irgendwie nicht. Egal, wie man da auseinandergegangen ist, das zeigt auch was von Größe, dass man sowas dann nicht teilt. Ähm, da kann ich ihn so ein bisschen verstehen, dass er aber auch so gegen Christian Düren raushaut, ähm, zeigt auch nochmal die Verletzlichkeit von Oliver Pocher, die menschlich ist, aber vielleicht auch so ein bisschen übertrieben mittlerweile, weil, wenn er was mit Cora Schumacher auch schon seit November hat, ja, dann, wo ist jetzt das Problem, wenn er auch Frauen datet oder zumindest mit denen schläft, dann darf das eine Amira Pocher als Single auch, auch wenn sie nicht passt. Das muss man auch mal so, äh, deutlich sagen, ja, auch wenn es sehr bitter ist. Und ich das auch verstehen kann, dass er da verletzt ist. Schreibt eure Meinung sachlich unten rein und wenn ihr an dem Thema weiterhin interessiert seid, wie gesagt, ein Abo ist kostenlos, ich freue mich sehr, wenn ihr dazu stößt und mir macht das hier sehr viel Spaß, darüber zu berichten und ich glaube, das könnt ihr noch in sich haben, die nächsten Tage. Bis dann und ciao, ciao.